Buenos Dias meine lieben Freunde, was geht es? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir sind wieder back am Start. Wieder eine Runde Rainbow Six Siege. Uncut, so wie ihr es nicht anders von mir kennen. Also hoffe ich, dass ich dieses Intro nicht verkacke. Nur nochmal ganz kurz zu meiner aktuellen Situation. Für die Leute, die im Stream dabei waren, die wissen, dass ich momentan einen kleinen Vorfall hatte und deswegen leicht eingeschränkt bin. Um es kurz zu halten, ich hatte eine Gesichtslähmung. Das heißt, ich hatte eine partielle, also nur die rechte Seite. Kann ich jetzt nicht ganz bewegen. Das heißt, es kann sein, dass während der Aufnahme ich zwischendurch irgendwie den hier mache oder so oder an meinen Augen rumspiele. Das liegt einfach daran, dass wegen dieser Gesichtslähmung ich nicht ganz sehen kann, beziehungsweise mit dem rechten Auge immer so leicht verschwommen sehe und das stört mich und dann muss ich immer mein Auge so gerade richten, so weit es geht und hoffen, dass ich dann ein bisschen besser sehe. Und allgemein auch, wenn ich irgendwie rede, wie gesagt, die Seite kann ich noch nicht ganz so bewegen, deswegen nimmt mir das nicht übel. Es wird besser und genaues dazu wird ihr dann später in einem Video sehen, weil ich eigentlich ein Einzelvideo dazu machen wollte. Nur spinnt leider gerade das Programm, mit dem ich die Videos von Twitch, also gesagt, die Parts von Twitch runterlade und kann dementsprechend also das Video erstmal noch nicht bearbeiten. und ich wollte heute unbedingt ein Video wieder hochladen, weil mein Fokus soll, das habe ich jetzt in diesen letzten zwei Wochen, in denen ich erstmal ein bisschen passiver überlege, wieder auf Videos liegen, weil ich glaube, mit Videos kann ich A, viel mehr Leute erreichen und B, jetzt habe ich auch Zeit, mehr Videos zu machen und das ist dann auch nicht so anstrengend, wie eigentlich dauerhaft zu streamen. Deswegen habe ich mir das jetzt so überlegt, ich werde das jetzt versuchen, so durchzuziehen und gucken, dass es dann klappt. Wie gesagt, das Video wird dann auf jeden Fall nochmal kommen, wenn mein Programm wieder funktioniert und jetzt quasi als Lückenfüller, weil es lange nicht mehr gab, spielen wir wieder eine Runde Rainbow Six Siege und sieht mal, wer im Gegnerteam dabei ist. Sieht mal, wer im Gegnerteam dabei ist. Unser guter, alter Kumpane, Formula. Oh boy. Oh boy, wir spielen gegen Formula. Das wird doch ganz witzig, das wird ganz interessant. Das wird ganz interessant. Das wird ganz interessant. Das wird ganz interessant. Ignoriert mich. Er schreibt nicht mal. Ricardo. Digga. N. Iga. So was sagen wir nicht. Krass, er ignoriert. Oha. Hello, Team. Hello. Zuwede ich bin Ricardo. Rodrigo that you were talking to me, man please don't don't forget we are human we are human we make mistakes we make mistakes sorry guys I couldn't concentrate now because I'm playing against a friend you know back to business I know focus I'm gonna whoop your ass okay what can I do that's okay okay I'm going to go I'm going to go okay I'm going to go 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 okay I'm going to go I'm going to go I'm going to go abfuckt tut es mir leid ich kann es leider nicht verhindern es tut mir leid du sagst es kumpel effekt hibana nur noch fünf hp digger perfekt digger du sagst es kumpel schön ich habe irgendjemand zu close ich das höre ich hibana hat den diffusor ich sehe schon kommt hibana geht alleine sie verliert den diffusor und das will nicht perfekt digger eigentlich soll es wohl nie gar nicht gehen ich muss jetzt nicht springen ja schon mal perfekt da räumen wir erstmal die garage offen perfekt digger irgendjemand springt hinter mir raus einer ist unter mir die andere ist außer . Sijne inaz inaz . , Er ist in der Garage, bei dem wei. Er ist in der Garage. Du siehst ihn? Ja, ja. Down oder in der Garage? Down, up, down. In B, in B. Er ist in B, bei dem wei. Er ist in B. Ja, ich bin... Was ist das? Du hast ihn. Er ist ein Mann, die du kannst. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. Ich hab den ganz kurz Moven hören, dann wusste ich, der ist close Bei mir an der Tür Irgendwo, ich wusste nicht, ob er jetzt dahinter ist oder ob er davor ist Deswegen habe ich überlegt Das wird sowieso nicht viel bringen, dachte ich mir Aber ich mache den Quickpeak ganz kurz Und es hat geklappt, also beschweren kann ich mich nicht An der Stelle Gut geklappt, aber ich habe es doch gekallt Die Banner wird in die Füße verlieren Das Einzige, was mir ein bisschen diesen Push gegeben hat War dann zwei Sachen Dass ich jetzt einfach da aggressiv reingehe Erstens Dass er schon drin war Und zwei Leute weggeholt hat Das war Baba Und ich wusste dann, wo Elle bei ist Und den letzten habe ich draußen durch das Fenster unter mir gehört Deswegen wusste ich, der kann nicht hochkommen Ich hab dann also, meine Idee war dann Gut, Ash hat zwei Leute gekillt, dann ist er erst gestorben Ich wusste dann, wo die sind Wenn ich Elle bei kille, wäre das optimal gewesen Das war auch mein Plan Ich wusste nicht, dass das Puls ist Der hat mich dann gesehen, gescannt Ich bin dann weggerannt zum Defuse, hab ihn geholt Und dann war das alles nur noch eine Frage des Gedulds Und dann hatte ich noch genug Zeit, die Runde noch zu holen Gott sei Dank Es hat geklappt Kann mich nicht beschweren Auf geht's in die nächste Runde Ich hoffe nur, dass unsere Mates mal ein bisschen mehr mit Brain spielen Weil je höher der Rang ist Desto aggressiver spielen sie Desto mehr spielen sie mit so Mit der Mentalität Ach komm Ich bin doch sowieso schon Platz 1, Platz 2 Vigil Ich bin einfach noch scheiße Ich sehe ihn, ich bin einfach Ich habe einen Freightclerz. Du ist Toxic. Du ist Toxic. Ich habe den Hoden rechtlich. Ich habe einen Freightclerz. Da freue ich mich, dass wir getradet haben und dann passt jetzt so eine Scheiße. Wir werden mich doch komplett hochnehmen, oder? Oder, Jungs? Ich stirb doch nicht. Pull doch wenigstens so viel, so komm dann zurück. Ich habe einen Begriff. Kapitel, du hast einen Klammer in die Tür, oder? Ja. Okay. Eine Elektrik, eine B-Sat. Sie kennen vor dem Begriff. Drei Mal. Tome. Sie können zurückziehen. Sie können zurückgehen. Sie können zurückgehen. Sie können zurückgehen. Die B구 Chapter 2! Ok, ich sehe ihn, er ist unter der Bombe. Welche Bombe? Es ist ein bisschen late, aber ich bin schon. Das ist er, ich habe keine Worte. Er wird vielleicht kommen von Shark. Any drones? You need to... Shark, maybe Shark. Ah, von B? Oh, egal, egal. We have been eliminated. Das war halt klar, ich wusste nicht genau, ich blenden soll, weil egal von wo der kommt, er wird mich halt sehen, hätte er mich gesehen. Musst du oben blenden. Auch wenn er kann C4, er hätte durchschießen können. Egal, die Formel ist tot. Hehehehe. Open your mouth and then typing, please. We don't have C4. He don't have C4, whatever. Yeah, I know, but... I caught it. I know, I know. But, um, if... He just can... He still can scan me and shoot through the hole. Exactly, yeah, you're right, you're right. You're playing well, it's not your fault. You just don't have the call about the guy, you know? No, no, it's fine. It's fine, anyway. Yeah, it's fine. We win one attack is good. Yeah, yeah. Can't my mic stop working on R6? Oof. Secure the area, keep the bombs protected. But, can you hear us? Speed active. Okay. R4 is located here. As you soon. We're looking for the room button. It's looking for the room button, to enter. Wild security, please. Sixty devices. Macchames! 10 seconds left. Ich glaube, ich kriege mich echt hier hin. Hier oder so. Ja, die ist gut. Die ist so schlecht. Ich kann es rein gucken. Die andere. What the fuck? Don't trash talk, brother. Just relax. ... ... Ich bin der Kutscheidon. Das muss ein bisschen mehr hier so fangen. Okay. Don't steal. Don't steal. I mean, guys, we just... I mean, you are on sight, okay? And you do nothing on sight. Just watch the camp, please. You are fucking safe. How are you talking to? Everybody is on sight, man. And do nothing. You are holding an angle from the robot. Just shut. Just shut the fuck up. Oh, come on. Toxic people. I mean, to be honest, it's a nook. We couldn't see her, you know? One is bull. Bull. Sofia holding bull. Bro, she was not using it. Okay, much of his camp. Okay. Okay, Sofia. I'll do it right now. Sofia, 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 Sofia. She's in. Left. In, in. Echo in. Check her. Last one. Last one. Last one, Sofia, bull. Close to bull. 40 seconds. She's going around. She's probably going shark window. Yeah, shark window. Or, I don't know. Shark window. Piano. Piano, Ceres. Piano, Ceres. Piano, Ceres. Piano, Ceres. Sie ist runtergesprungen. Ich dachte, sie ist rausgerannt. Sie ist rausgerannt. Dachte ich, aber sie ist runtergesprungen. Formula wird gekleppt, boy. Oh, boy. Party, Room, Office. Ja, was machen wir? Sollen wir einen Run-Up machen? Ach, das wird hier safe nicht klappen, oder? Ich meine, die spielen so sehr aggressiv genug. Ich lasse es dann. Ich könnte Valkyrie spielen, meinen Camps ein bisschen helfen und versuchen, Garage zu halten, weil sie wahrscheinlich von Garage aus pushen oder auch nicht. Selbst wenn. Can anyone reinforce gaming, please? Yeah, I'll go first. Okay, thanks. Okay, thanks. Weil sie werden entweder von diesen zwei Seiten aus pushen oder sehr wahrscheinlich von Garage aus. Das können wir hier auf jeden Fall sehr gut covern. Und könnte dich in die Hose gehen, das wollen wir nicht. Oh, die Cam ist gar nicht so schlecht hier. Hello, sweetie. Hello. Das wäre jetzt einfach so fucking trash, wenn die Aufnahme nicht laufen würde. Also einfach nur traurig. Das wäre einfach nur traurig. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe den Armour. Ich habe den Twitchen. Anyone hold the garage? Someone needs... Vulkan Sprinten ready. Ich habe den Arm. wo ist der Piano Piano Piano? Piano Piano come for me please I'm watching wait where 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 is the Piano? I don't see any Piano here's someone around gaming Twitch is bar Twitch is bar Twitch is on bar Twitch is on shark No no she's bottom shark she's on bar right now Yeah I'm bottom shark One is gaming Ash gaming One gaming It's on the ship Tony Op 4 is located a bomb you know what to do Give the camera back I can see There's nothing you can do I just want to see One in A door A door we will push out First party in blue hallway Okay one is In A In A In A and shark A bull Bull door in A Behind the shield behind the shield and bull One friendly operator remaining Coming to you doc Doc One is A Nice try All friendlies were eliminated Mission failure Diamond Diamond Spieler Oh boy Ja die machen das richtig Genauso machen die das die Die drohen ganz kurz Und dann Äh Pushen die direkt rein Ohne wenn und aber die Die fackeln nicht all zu lange rum Genauso muss er eigentlich nicht das Spiel doch spielen I should but they have the leg pack loss I think your compressor is better In gear Okay Compressor Wollte er gehen Compressor guys Ich würde Ich würde bei Party bleiben Oh boy Keine Ahnung was ich Compressor spielen soll Absolut keine Ahnung Digga Ich weiß es nicht Keine Ahnung wie ich Compressor halten kann Bro I mean your seat It's useless Secure the area Keep the bombs protected Maybe a boost Yeah I can do it Better you know Keine Ahnung mit dem er mit dem er spricht Das ist das Problem Ich stehe in der Bahne von dem was der Bruder erzählt Digga Gero verblicken Kitchen müssen wir abdecken Eventuell Bar Im besten Fall können wir Bar und Kitchen gleichzeitig irgendwie abdecken Dann hätten wir eine Kennenfall braucht Ein Fasson One Golden Kitchen Please Um 3 Bolon site 3 Bolon site K-k-k-k-k-k-k Balkir Balkir K-k-k-k Fasson 5 s-k-k-k-k-k-J I know you have Yeah I know Ah ok Jungs müssen sich wissen pentru an jetzt können wir nahezu alle drei potenziellen wege von denen sie kommen können können wir aufhalten ein paar Leute, die sind wir nicht ihr habt ihn? Wtf? Jäger ist nah, auf der Seite auf der Seite ein weiterer war, glaube ich ja, auf der IQ ist, sie ist in der Mitte in der Garage zwei Leute in der Garage sie ist auf der Auto da ist noch eine in der Garage auf dem Lied auf der Garage Ich will eine Shark eine ist Bar eine ist Bar Shark Stairs Bende Close sie ist in der Halle Wow She is still there Coming down One is Garage I hear him close in Garage He is above Garage He jumped out of Garage West Side Ich hab den Calls gegeben Er hat die Kills geholt Perfekt Digger Oh ja er ist gesprungen Good Call Well played you see With Call it's easy to win This game is only Call Well played man Ich geb mir mir Good Job guys Wir müssen uns fairerweise sagen Er hat die Frakes aber auch geholt Laundry Games Keiner was ich spielen kann Can someone take Heger Or Bandit We'll take the other one We need the maybe Valk We don't need We don't need Please we don't need the Koyo main It's okay let him play We can take something else Like Legion He can lose Legion is banned But you can take some more For commute I don't know Man here please Echo Oh crap My Kyrie is just Um den Tag zu segern Das entspricht euch Da haben wir Dorms haben wir Von wo sie aus pushen könnten Da wollen wir hier vielleicht nicht mehr cam Oder in Piano Hit Rotation Please You guys wanna cam on Laundry side Or Piano door And stairs Ja da Ja da Okay Wir müssen überlegen We're in Rotation on side Please Let's make that cam I still not know Fuck Die eine Seite wenigstens zu Dass wir einige machen Wo die durchrennen können Noch wenigstens Oder sterben davon Was wenn sie einfach side pushen Aha Genau dieses Jahr Das kann ich leider nicht abkommen Das ist das Problem Ich sitze nicht Ich stehe nicht Ich stehe nicht Ich stehe nicht Ich stehe nicht Piano stairs Ja Probably Piano stairs Ja Zofia Detachere Behind the bull Smoke There could be one coming Piano stairs Which one? Okay Piano Zofia 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 Po Zofia Zofia Piano stairs Zofia Zofia Geht jetzt! Geht jetzt! Ein Schot, Landry! Gut, gut, gut! Just wait, jetzt! Wait, wait! Stop pinging! Just wait! Does he have the Diffuser? Why are you ping? It's okay, relax. Does he have the Diffuser? We know? Yeah, he's at him. Okay. I have come, boss. The bomb Diffuser has been successfully deployed. He did not. Outside beam. Listen, 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 bro. Just rotate by piano. Okay. We'll kill him easily. Fake a C4, fake a C4, bro. You will be detected if you remain in this area. I can't see if I am. I don't know where he was. I don't know where he was. I thought it was close. It was just a reflex. Ai, 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 ai. Aber er hat recht. Er hat ja nicht gepinkt. Er hat die Cam noch da. Und er hat nicht gewusst, wo er jetzt gerade irgendwie noch played. Und er hat nicht gewusst, wo er eine plantet. Dann wäre ich Fisch eher rumgegangen. Das nächste Mal Dumping mit Cam. Die wollen es aber wirklich wissen. Die spielen schon mit too much information, ey. Okay, ich habe gerade einen gegen den besten von ihnen gespielt. Das ist okay. Läuft nicht so bei dir. Huh, brother? Kalt. Meine Finger sind kalt. Ich kann nicht aimen. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, oh. This game is insane. Was it? Smoke on me. Oh, man. Junge, ich call's doch, was die Mossi haben, Alter. Er rennt da voll rein, Alter. Was für eine Kartoffel, du. Was für eine Kartoffel, Alter. Are they gaming? Ja. Was für eine Kartoffel, ich kann nicht wissen, wie das. Icheuere, das kommt nicht so recht offen. Ich hab mich nicht zu fangen. Ich bin noch nie auf der Karte im Bereich. Ich hab ihn nicht mehr auf die Karte. Ich bin noch nicht mehr auf die Karte. Zischenstörer. Loscht? Ich gehe zu der Beetser oder Beetser oder Beetser. Ich bin noch nicht so gut. Ich gehe nicht. Wir lassen. Also ich will jetzt nicht jinxen Aber das ist schon mal was positives Keiner von uns ist gestorben Er ist still in der Garage Bandit ist in der Dorme Er ist flingd close Es gibt keine Waffe Wo sind die Dorme? Will destroy your camp Bandit was around dorms too One bathroom, one Viano He's going Leave your camp, I kill Yeah, he's in dorms Dorms? Okay, yeah Bandit kitchen, 50 HP Jager in dorms And Bandit kitchen, 50 HP Good job Good job Good job I really don't know Close right Good job bro Come on motherfreakers, come on Oh, buy the team kids, Jager It's good, it's good Ja, das ist halt ein Team Game Seht man hier ganz schnell Digga, das geht echt in die Verlengo in Compressor Compressor? Yeah, we're playing well, Des Just instead maybe Instead go you this time, take maybe Pulse Take Pulse Fucking easy man, you just kill And you will get easy kill Okay Der Boss hat gesprochen, Freunde Der Boss hat gesprochen Instead deco Instead deco, man Look, we have 3 C4 We can get 3 Freakers With... Der Dude will be richtig Der wird wirklich wissen Secure the area, keep the bombs protected I will reinforce it later, don't worry Nevermind And this time, please, don't open Don't make protection above Back there, don't worry So So, so we don't need to vault, you know Please Okay, then we have one Cam with the kitchen Und vielleicht eher Compressor Open done, open done, smoke Reverse Cam here Digga Die dann onside Aber auch das da sie So So Die Cam mit uns direkt erkennen Man kann dadurch... Aber... Aber man kann sie aber daraus... Ja, dann wenigstens eine Cam onside Ja genau, soll die onside bleiben Wenigstens ein bisschen Wenigstens ein bisschen Wenigstens ein bisschen von euch Oder? Ne Ich werde hier halten Dann machen wir hier nochmal, so Damit die von mir nicht pushen können Dann kommt die Cam Hier hinter mir rein und dann halte ich das von da aus Keine Ahnung wie man das nennt Aber... Hotset Gamers dead Hotset Gamers dead Hotset Gamers dead Hotset Gamers dead Okay Two guys are around a restaurant, around a bar IQ, Twitch and Sophia Sophia in kitchen She is coming to you Jager, close Oh no, immeid IQ und Twitch sind in der Main Entrennung. In Restaurant. Diffuser ist in Restaurant. IQ ist in der Nähe, Jäger. Sie sind alle da, in Restaurant. Twitch ist in der Nähe des Hallways. Twitch ist in der Nähe, gleich wie IQ. Good job. Danke für das Spiel. Danke für das Spiel. Sehr gut geklappt. Er hat meinen Colts vertraut und ich habe gesagt, Bro, es kann passieren. Rodrigo. Rodrigo. Komm an, motherfuckers, komm an. Okay. Oh, Full-Platt-Game. Wir sind alle Platz 2. Wir sind alle Platz 2. Wir sind alle Platz 2, ja. Oh, mit dem er kommt, bin ich auch. Oh, Closer, Platz 1. Ich wollte eigentlich mit dem Mannecon spielen. Aber ich dachte, ich riskiere das nicht wegen Platz 1. Aber mit dem bin ich ja noch näher am Platz 1 dran, als mit dem anderen. Und ich kriege mehr Punkte, glaube ich. Also, in diesem Sinne bin ich dann raus, meine lieben Freunde. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne das Ganze mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ihr könnt diesen Kanal natürlich auch abonnieren. Das würde mich sehr, sehr, sehr unterstützen. In diesem Sinne, ich bin da raus. Hab noch einen schönen Tab. Wahrscheinlich Tab, oder? Alles klar. Tschüsschen. Bis zum ersten Mal. Das ist eher Unsicher. In dem Sinne. Vielen Dank.